Es fällt gleich einfach hin! Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir das Ultimative-Better. Ich habe mir einen Kollegen dabei, nämlich den Kevini14. Jetzt nicht wundern, was das gerade war. Das ist jetzt Anki. Ich weiß, wo ich nicht gegen schlagen würde. Das ist das Oculus Guard heißt das. Und das schützt mich davor, dass ich jetzt meinen markierten Bereich nicht treffen werde. Das heißt, es wird jetzt gegen nichts immer schlagen. Hoffe ich mal. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich jetzt extra... Oh, das funktioniert extra jetzt für das Tischtennis, wenn ich noch was machen werde. Und ähm... Warte, nimm mal. Gib mal her. Ist das eine Zuschauerin? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich kann den Namen nicht sehen. Ähm... Aber wir machen mal so. Guck mal hier. Bup. Und... Hallo. Oh. Oh. Da fliegt sie. Ja genau, da fliegt sie. So, und ich habe mir mal mit Kevin... Oh, ich muss kurz wieder drehen. Diese Steuerung, das war mir echt gewöhnungsbedürftig. Und wir haben jetzt mit Kevin Folgendes gemacht. Oh, hier ist ein bisschen sehr knapp, oder? So. Du darfst jetzt ein Tischtennis-Doier machen. Denn ich wollte etwas Spannendes machen. Und was ist nicht spannender als ein Tischtennis-Doier? Ich kann gar nicht mehr reden. Und jetzt müssen wir nur noch die Schläger finden, wo die auch mal jetzt gerade wieder sind. Die haben ja schon mal auf den... Links verschlägt. Ohhhh... Let's go! Haha. So, kann das drehen oder was? Ja, wir müssen wieder nach unten fliegen, denn ähm... Kevin kam auf die gute Idee, das nach oben auf den Mond zu packen. Deswegen, äh... Ich weiß gar nicht, wie ich euch anschlagen soll, so. Und ich... Was ist eigentlich hier? Ich will ungern dagegen schlagen, was auch gerade immer in der Nähe sich findet. Aber wir werden es trotzdem mal machen. Warte, ich muss muss gucken, wo hab ich denn... Hier hab ich voll vier Arme... Ach, genau, das ist mein... Warte, aber wo ist mein Tisch eigentlich überhaupt eigentlich? Warte, mein Tisch ist... Hier ist mein Tisch! Hier ist mein Tisch, wo mein PC steht. Hier ist dann diese, wo der PC in der Ecke steht, was ein Tower-Gehäuse ist. Aber... Wenn jetzt mal kurz... Ich muss mal kurz gucken, wie nehme ich den am besten? Ich weiß nicht... Wie schlägt man denn eigentlich noch mal? Ich hab... Ich hab tischchen nicht voll lange nicht mehr gespielt, deswegen war ich gar nicht... War jetzt so eigentlich, oder? Ist ja egal, hauptsache... Ich spiele nicht. Hauptsache wir versuchen es. Damit sagen wir beginnen in 3, 2, 1, go! Oh, Alter. Oh. Also man muss auch sagen, wer auch immer auf die Idee kann, den Tischtennisplatz hier hinzubauen, wo da dieses Teil im Weg steht... Äh, das fragt mich, aber cool. Weiter, weiter, go, go, go! Oh... doch ja doch hier ist was da wirklich gegen schlagen also man glaubt sich das ist echt total schön jeden ist auch irgendwas also ich habe genug platz schon vorwärtschlagen kann man sieht jetzt schon wie grausam das ist wie grausam das ist ja wow das funktioniert super kann auch nicht spielen kannst einfach nicht spielen kommen das schaffen wir jetzt sonst machen wir gleich noch schüsse ein aufschlag kommt die physik ist ein bisschen brutal hier in dem game also wie gesagt es ist durch den schläger gegangen das ist richtig kacke jetzt das war das ganze das ist durch den schluss mal kurz anders in der hand vielleicht irgendwie hatte so hält das ist wieder ganz langsam nein ja es hat kurz funktioniert warum ist die hitbox so krass irgendwie irgendwie hoch hoch komm 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 es wird durch mal nehmen wir nehmen einen brick hier vielleicht geht das besser schon viel langsamer ist der stein weg wir holen uns einen neuen stein warte gibt es genug steine wir nehmen uns erst mal so einen kleinen stein kann man hier der ist hallo hängt irgendwie ein bisschen so jetzt der wird es reichen alles geführt diese bälle machen es ungern mit deswegen nehmen wir mal kurz hier wie gesagt den stein ich muss sagen ich fand den stein besser auf jeden fall ich hab noch eine andere idee wir brauchen jetzt ist der schläger weg komm mit fang mal den stein den stein fang fang du bist mit dem schläger warum ist deine hand da warum ist deine hand da meine hand ist hier ja bei mir ist hier eine hand wie klickst du das jetzt ok jetzt ist sie wieder fang mal warte 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 also den würfel weiß auch noch was ist ist auch kein würfel die karte du musst also aufpassen das fliegt unnommalskrank warte ne ff ff fällt gleich einfach hin warte es kommt mir kommt gar ja das ist nicht zu du musst das gefühl haben dafür ok aber wir nehmen einfach den ball ganz leicht die physik ist extrem hui ok jetzt hat oh 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 hä ne das vom back das sah nur so aus oh glaub ich ok boah alter das ist ja mal vor ins gesicht geflogen aber jetzt ja das spiel scheint ein bisschen kaputt zu sein ja ja irgendwie das ist oh ah ich hätte glaube ich fangen müssen mit dem finger oder kann man auch so aufnehmen eigentlich geht das na komisch ähm fang warte yi 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 wir haben noch einen keine sorge wir haben noch einen ähm ok warte 3 2 1 yi uuuh ok wir kommen zurück zurück aber nicht zu stark nicht zu stark ja ja nein nein hä komm ja 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 oh hä wieso kann ich das nicht ich verschiere es nicht wie geht das nur nein mal los komm jetzt zapp 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 hä das war jetzt aber da war übelst verzogen grad drin warte ich nur kurz den neuen ich will jetzt mal gucken was warte oh ok jetzt nochmal neu ey ich treff da wie machst du das erzähl mir das mal bitte ich graviere bei mir sieht doch aus als wenn er genau auf mich zufliegen und dann nehme ich ihn rein ok 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 ja ja jetzt rüber 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 einfach gedrückt halten aha ey der war viel zu hoch machen wir was größeres die armen leute jetzt kommt das also das war wir haben Zuschauer wenn da welche Zuschauer dabei sind komm 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 ey ich hab den das kann mir keiner erklären warte mal noch langsamer warte warte oh 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 guck die so schöne Hand an guck mal die so schöne Hand an oh oh warte äh hier oh was also ich würde gerne mal ausprobieren mit den Dings mit den hallo mit den hier fang schon mal ich würde schon einmal nochmal ausprobieren mit den Teilen hier ah nein wo ist jetzt hier da so also mit den Steinen ging es eigentlich ganz gut hier auf der Tisch in der Platte ok so ich versuch mal ich muss jetzt anders greifen ich komm hier vorher ich bin bereit warte oh oh ah der ist gerade voll wieder durchgeflogen ja ich nehme den neuen Ball wieder hier äh Stein ein Block so jetzt aber drei zwei eins komm jetzt zack oh ah das war ein guter Anlauf das war ein guter Anlauf ah ok die macht schon naja scheiß drauf ah ey oh ok komm komm mach zieh rein Kevin oh ok 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 jetzt jetzt oh 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 hier ist eine Wand ich kann da nicht reinhauen da war eine Wand oder sowas warte so warte oh oh der war voll daneben los jetzt komm mach das ha 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 also man denkt wirklich es ist wirklich einfach so ein ja so ist es nicht wenn die Physik reagiert einfach sowas von scheiße und dann das Netzwerk springt das einfach nicht sauber rüber oh oh ha 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 lutsch auf meinen Controller oder oder jetzt oder gut ich hab kein Schlegung mehr gib mir den komm ha 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 gib mir den Weg ich finde das auch so geil manchmal im VR das ist göttlich als wenn er mit seinen Händen nicht da rumfummte jetzt aber oh 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 so jetzt bist du bereit ja wo das Ding ist das ist doch scheiße lass Boot lass Boot einfach alles auf alles legen lassen einfach Boot ich will auch gern Schach spielen aber ich kann kein Schach spielen deswegen so während der Rakete werden wir jetzt eine Mannschaft zusammen trudeln äh ich bin noch ein bisschen zwei weil ich glaub da werden sich alle auf eine Rakete stürzen und das nicht checken ähm hab ich ja schon Erfahrung mit gehabt ähm ich frage mich halt nur wo die meisten Leute sind 11 VR Leute hier in dieser Lobby das ist krass wo wo sind denn die meisten denn hin das kann doch nicht sein hier sonst immer die Raketen im Ajo da oben sind die alle Müssten wir den Sorgen wechseln oder? äh ja guck mal sind unsere Charakter warum sind die denn hier oben? so das war mir ist vielleicht auch ein Spawnfight ne ich komm an der EU so perfekt guck mal wir haben noch 3 Leute 3 Teams perfekt so vielleicht sind einfach zu viele wie Arke die waren schon die waren schon die waren schon komm schnell komm schnell komm schnell hier einmal runter einmal runter so die sind durchgefallen und die anderen ok jetzt haben wir noch einen hier ich geh nochmal in die Position geh ab los lass ihn einfach los lass ihn da drauf dann geh ja so ja ja ich geh schon hin wir sind ein bisschen unfair ein gegen na schnell 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 ooooh das ist jetzt im Kindergarten der jetzt erst da ist ja ok 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 er wird anscheinend das Ruder äh er los geht? ja er geht los er gibt Gas ich mach dich eh ich muss erstmal wegkommen aber sobald ich hier wegkomme wenns los geht so feuer mein Schiff kommt hallo was macht der hey er hindert mich am spielen schlaf ihn schlaf ihn er geht schlecht ich kann doch hallo was ist mit deinem hallo was ist mit deinem hallo was ist deine Mission wir müssen ooooh jetzt hat der Schiff kaputt gemacht nein 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 liegen lassen liegen lassen es gibt doch mal Gas Minion gib doch mal hier Gas das geht doch nicht so weiter der gibt hier kein Gas und das soll ein Schiffskollege sein wie soll hä was ist jetzt in dem Boot los so da jetzt komm 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 ich werd kein Schiff mit der Einmannbesatzung kaputt machen ne ne das schaffst du nicht doch der kriegt das nicht oh jetzt jetzt schickt das jetzt schickt das oh 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 komm ja er holt mit ok Verstärkung kommt oh die rahmen sich oh 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 je oh je also wenn da ist kein Boot runter geht dann weiter schießt schießt los also ich will nicht sagen aber du bist ein sehr schlechter Bootfahrer nein 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 das ist alles Taktik Taktik nennst du sowas ja ja die haben ja niemanden Sebel um sich selbst da zu töten mit genau warte mal dein Boot geht gleich unter wenn wir hier die Figuren mal ausmachen können oh fuck der soll den Rückwärtsgang einlegen jetzt komm schießt kommt schon ich verstehe dieses Lenkrad manchmal nicht echt jetzt hat der natürlich wieder losgelassen hier kommt gib Gas sooo jetzt aber komm das epische Battle Duell komm oh nein was hab ich es nicht gesagt er hat einfach er hat einfach ne gefühlt drei anfangen ein Mann besetzt und hat einfach mein Boot zerstört oh oh man ok dann will ich noch eins machen nämlich wer am weitesten Dosen schmeißen kann und dann was trifft dann natürlich ne ist ja klar ähm das ist keine gute Idee das ist ne gute Idee ich weiß nicht nur der ist ja auch der ist ja auch der ist ja auch Steam Guard an das ist äh nicht Steam Guard auch der ist Guard an ich weiß wo ich hier nicht hin schlagen sollte genau hinten wo bin ich eigentlich da ist der Guard ja also wir können ja ich nehme mal zwei Dosen nehm auch mal kurz zwei Dosen ja wie gesagt das ist nachher sehr hilfreich wenn man nicht ein Meter mal ein Meter eigentlich hat aber man trotzdem VR spielen will deswegen zieh Leine alter tschüss ich will jetzt hier spielen alter so wo bist du da zeig mal was du kannst ja also ich versuche natürlich so weit geht's dir gut ja ok natürlich versuchen so weit wie möglich oh so weit kann ich oh was ist da ist da was hier ist nichts ich schätze mal das nichts aber egal warte 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 auf ein Auge oh wow gut pass auf ganz oben oh der war richtig ja knapp warte nächste Dose aber ich mache es auch noch so oh oh ich kann einfach nicht ziehen ich nehme jetzt noch ein paar Steine hier einfach warte Stein okay jetzt und ja ich habe irgendwie so eine Schräglage irgendwie kann das sein also ich werde immer daneben irgendwie du musst die Hand so nach vorne machen vor dein Gesicht und dann einfach äh bloß werfen ja das hat so funktioniert ha 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 ich nehme mehrere Steine noch raus so hä oh hast du das aufgenommen nein hast du das gemacht ich habe nur kurz zu gehen ich versuche es nochmal fuck oh man jetzt ging es nicht ich habe ihn davor geworfen jetzt kam er zurück und habe sie wieder gefangen einfach so schön warte ich auch mal machen nein warte ich bin zu nehme die was sagt die mi 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 ok wir nehmen sie mit musst du jetzt aufnehmen hallo ey hast du das gesehen nee weil ich mich abgelenkt hat hallo ok ähm nehmen wir mal hier sowas hier warte warte hu oh ok warte ja pass auf jetzt gehts wieder nicht na klar warte jetzt hier die person die schmeiß man weg oh ist nicht mehr geflogen guck mal guck mal komm wir klein hallo 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 das ist so süß ne wenn die Leute so klein sind ja guck mal weg da ich will die wo ist die wie ist er geschlagen schon nein ey oh endet der einfach mit ok den kriege ich noch hin warte ja 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 der kann mal wissen der kann ein bisschen schwachen oder ich müssen hier bis schwung kann ich mal bitte stein stein danke warte jetzt nochmal machen die steine tun sich nicht sehr gut also das tischtennis dual hat damit eigentlich anders als semi geil funktioniert dann muss ich noch ein anderes dann muss ich noch ein anderes wie a game finden auf rollo das sind natürlich noch viele oh getroffen und ey und der ah oh der ist weg ok ja 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 ich fuhre mit dem auge rum ich fuhre mit ihm außer sie restet sich bleib stehen hier guck mal jetzt aber so und haut ab oh man ey ihr seid so viel männer nein der bacon warum 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 oh man jetzt hat der bacon einfach die frau äh die person gerade weggeworfen und ich würd sagen wenn euch das video gefallen hat dann gebt einfach mal einen daumen nach oben genau wie er es auch macht am besten sogar zwei wenn es möglich ist ne nicht zu vergessen und ich würd sagen wie gesagt wenn ihr ehrenmänner seid oder ehrenfrauen einfach ein abo da er hat sich grad selbst geschlagen und ähm vergesst auf jeden fall nicht die glocke zu aktivieren das zu kennenlösten videos von VR hands oder weiter auf meinen kanal verpasst und ich würd sagen wir sehen das beim nächsten mal haut rein leute und ciao tschüss 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 tschüss